Artenschützer. So auch wir hier im Kölner Zoo sind überzeugt vom sogenannten One-Plan-Approach. Das heißt übersetzt so viel wie ein Clan-Ansatz. Das heißt, alle, die sich für eine bedrohte Tierart oder eine bedrohte Pflanzenart einsetzen, müssen zusammenarbeiten, damit man diese hochbedrohten Wesen eben überhaupt retten kann. Das heißt, egal ob man ein Privatmann ist, ob man ein zoologischer Garten ist, ein botanischer Garten, ein Museum, eine Universität, ein Nationalpark, eine Regierungseinrichtung oder auch eine Nichtregierungsorganisation, wir müssen zusammen an einem Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung, damit wir überhaupt eine Chance haben, diese ganz hochbedrohten Arten zu retten. Und deshalb ist die Zusammenarbeit und zwar nicht nur lokal, sondern auch international, global ganz, ganz wichtig. Vielen Dank.